Servus, grüßt euch. Ich habe die Ehre, die meisten kennen mich. Ich bin der Stefan Brotschka, bin zuständig für Bauern. Warum? Weil Heimat braucht Bauern. Ich möchte meine Kühe wieder auf der Wand draus haben und ich möchte die Bäume wieder im Holz drin stehen haben und keine verfickten Windrall umeinander stehen haben da draus. Und für das trete ich ein und für das kämpfe und für das wäre ja mein letztes Thema gekommen und vor natürlich in jedem Landkreis. Ich bin bayernweit unterwegs. Ich bin jetzt dann die ersten 14 Tage im August deutschlandweit unterwegs, denn wir möchten eine schöne Kulturlandschaft haben, wir möchten eine schöne Heimat haben, denn das ist normal in Deutschland, weil wir wollen in Deutschland aber normal. Dankeschön.